Hallo, mein Name ist Tamara Brascherzing. Ich darf die PPU als Assistenz der Geschäftsleitung unterstützen. Nach 20-jähriger Erfahrung in einem großen internationalen Unternehmen habe ich mich zur Wechsel zur PPU entschieden. Mein erster Eindruck eines familiär geführten Unternehmen, in denen noch menschliche Aspekte gelten, haben sich bestätigt. Ich bin sehr glücklich mit meiner Entscheidung. Das Team um PPU ist sehr sympathisch und hat mich von Anfang an zu 100 Prozent aufgenommen. Sie haben Fragen oder Anliegen? Kontaktieren Sie mich gerne unter brosch.at ppu-umwelttechnik.de